Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal mit dabei habe ich Seni. Zusammen gucken wir uns jetzt zwei albanische Musikvideos an, zwei Summer Songs, habe ich schon vorher gehört, bin gespannt wie die Lieder sind und zwar auch von bekannten Namen und zwar Lumi B featuring Chancilla, Chancilla haben wir schon mal angehört mit Ardian Boyupi zum Beispiel, haben wir geile Lieder und Ronella Hayati haben wir auch angehört gehabt, Featuring Wick, Poppa. Bin gespannt wie die Lieder sind, würde ich auch sagen direkt mal anfangen mit dem Lied Pritpak. Fängt direkt schneller an. Und so sommerlich. Richtig schöne Stimme und wie sie sich bewegt auch richtig gut. Boah, die kann ich fallen. Die langen Haare, richtig krass. Oh, ist das in Albanien? Hm? Ob das in Albanien ist? Hm. Könnt so sein. Interessantes Fahrrad oder was das war? Oh, das sieht gut aus. Ich finde, Chancilla hat richtig nice Outfits, richtig geil. Das sieht richtig gut aus. Ich finde, zudem kann man so schön bewegen. vocal von ihr in seien will. Ja. Cool. Ja. Oh, ja. Ja. Oh. Ich finde die Zartung. Ja, ich finde die Zartung. Oh, ja. Tick-tack, tick-tack Wow Einfach Hulao Und soja Eyo, Prit-Bak, was heißt das? Schreibt in die Kommentare, Prit-Bak, liken und dann rüber zu Ronella Hayati, ich feiere ihr Lied Aventura Yes, das ist richtig geil Mal gucken was... Allo Ein Remake von das Rune? Okay Da steht da wie eine Statue Okay Hier zeigst du wie es richtig geht Das ist echt nur Remake da Okay Okay Ja, wir fahren es Coole Kopfschmuck Der Sound ist nice Das sieht gut aus Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Oh, Baby, hallo, 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 hallo. Pran-Telefon mit meinem Erzähl. Hallo, 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 Tüta de Gioia. Veser din tüntengro, tumpra, ne do, ja. Hallo, 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 tüntengro, tumpra, ne do, ja. Veser din tüntengro, tumpra, ne do, ja. Vier Outfit einfach auch, dass du diesem Hintergrund so gut passt, ne. Voll geil. Bisschen ruhiger aber, finde ich, schwieriger. Ja. Aber zu dem Alu dürfte man kein Trinkspiel draus machen. Das ist schnell weg. Okay. Ich kenn ihn nicht. Ja. 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 Das ist schnell weg. Ja. Ich kenn ihn nicht. Ja. 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 Okay. Oh, und Tura haben wir besser gefallen. Not bad. Ja, wir fanden auch das Abenteuer mehr so... Es war ganz gut. Schreibt gerne in den Kommentar, welches der beiden, die euch am meisten gefallen hat. Ich würde mich auch hier für Prit-Pak entscheiden. Hat mir ein bisschen mehr gefallen. Aber Honela, auch klasse Künstlerin natürlich. Genau. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Guckt euch unsere anderen albanischen Musikreactions an. Wir haben einige gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020